Und damit herzlich willkommen zur ersten Produktvorstellung. Warum das ganze Produktvorstellung heißt, dürfte eigentlich jedem klar sein. Denn am 28. November 2020 geht für uns in die sächsische Großstadt nach Leipzig, wo es gegen das Marketingprodukt der Bundesliga rangeht. Da sie nicht wie jeder andere Verein aus der Bundesliga sind, bekommen sie auch kein Video wie jeder andere Verein. Denn heute schauen wir auf die Anfänge dieses Vereins und wie sie sich hoch gearbeitet haben. Außerdem werdet ihr nicht die ganze Zeit mich sehen, wie üblich, sondern Bilder von Protestaktionen verschiedener Fanszenen. Ja, ich weiß, ist auch besser so. Nach dem Intro geht's los. Das Produkt wurde zwar 2009 gegründet, aber wir gehen erstmal drei Jahre zurück. Hier wurde der österreichische Traditionsverein SV Austria Salzburg von Red Bull aufgekauft und hieß anschließend Red Bull Salzburg. Da Red Bull Inhaber Dietrich Mateschick jedoch mehr wollte, als nur den Fußball in Österreich zu übernehmen und so sein Energy Drink besser vermarkten zu können, wollte er nun auch einen Verein in Deutschland übernehmen. Klar, deutsche Bundesliga größer als österreichische Bundesliga und so mehr Aufmerksamkeit für den Verein und auch Red Bull. So versuchte man das gleiche Konzept umzusetzen, wie es auch schon in Österreich geklappt hat. Hier können wir alle von Glück reden, dass sich die deutschen Vereine nicht darauf eingelassen haben. St. Pauli, 1860 München und Fortuna Düsseldorf lehnten das Angebot konsequent ab. Mein größter Respekt by the way, denn finanziell hätte es den Klub auf jeden Fall nach vorne gebracht. Nachdem man gemerkt hat, dass es bei größeren Klubs nichts wird, hatte man beim FC Sachsen-Leipzig fast Glück, doch hier hatte der DFB was dagegen. Wegen namensrechtlicher Unantstimmigkeiten und Fanprotesten verweigerten sie die Zustimmung. So gründeten sie am 19. Mai 2009 RB Leipzig und starten in der Oberliga, da man unterhalb der Regionalliga nicht mehr dem DFB-Lizenzierungsverfahren unterliegt. Da die Namensgebung aus Werbezwecken laut DFB-Satzung unzulässig ist, nennen sie sich Rasenballsport Leipzig. Jedoch dürfte jedem klar sein, was das Kürzel RB wirklich heißen soll. Die erste Saison spielte das Produkt sogar ohne eigenes Vereinswappen, da es vom Sächsischen Fußballverband wegen zu starker Ähnlichkeit zu Red Bull abgelehnt wurde. Im Mai 2010 akzeptierten sie jedoch eine modifizierte Version als Vereinslogo. In der ersten Saison stieg man gleich mal als Tabellenerster in der Regionalliga auf. Bis hierhin, soweit alles gut. Dann geht's aber los. Als frischer Aufsteiger in die vierthöchste Spielklasse Deutschlands investiert man gleich mal eine Million in neue Spieler. Mal zum Vergleich, Arminia hat als frischer Aufsteiger in die Bundesliga keinen einzigen Euro in Ablösen gesteckt. Einfach nur krank. Die Saison beendet man auf dem vierten Platz und stieg nicht weiter auf. In der zweiten Regionalliga-Saison nahmen sie nur 250.000 Euro in die Hand. Ablösefrei verpflichteten sie zudem höherklassige Spieler wie zum Beispiel Stefan Heidinger, der uns Armin wohl ein Begriff ist, und Andreas Kerner vom Zweitligisten Hansa Rostock. Auch in dieser Saison wurde es nichts und so nahm man wieder 680.000 Euro in die Hand und unter anderem das Bundesliga-Talent Dominik Kaiser zu verpflichten. Am Ende sollte es reichen. Man stieg in die dritte Liga auf und investiert wieder 3,08 Euro wie zum Beispiel für das Wunderkind Yusuf Paulsen oder den heutigen Champions League-Sieger Joshua Kimmich. Einnahmen durch Spielerverkäufe hatten sie übrigens nicht. Man sollte durchmarschieren als Tabellenzweiter in die zweite Liga. Und jetzt wird es richtig verrückt. Einnahmen durch Spielerverkäufe hatten sie wieder mal nicht. Dafür aber steckte man 23,34 Millionen Euro in neue Spieler. In der zweiten Liga. Als Aussteiger. Am Ende wurden sie fünfter und mussten noch ein Jahr in der zweiten Liga bleiben. Und dann... Man hatte tatsächlich Einnahmen. 1,5 Millionen Euro für Kimmich, der zum VfB Stuttgart ging. Und 400.000 für Tomala. Doch man investiert wieder verhältnismäßig viel zu viel in neues Personal. Diesmal waren es 24,20 Millionen Euro. Das Ende kennen wir. Man stieg mit einem fast überdurchschnittlichen Bundesliga-Kader auf und investiert wieder 78,45 Millionen Euro in neue Spieler und hatte gerade mal 100.000 Euro Einnahmen durch Spielerverkäufe. Gleich in der ersten Bundesliga-Saison wurde man zweiter. Darauf investierte man 63 Millionen Euro in neue Spieler. Darauf 65 Millionen. Darauf 76 Millionen. Und darauf... Oh! Nur 33 Millionen. Das einzige was ich diesem Produkt zugute heißen kann ist es, dass sie sich sehr auf die Jugendarbeit konzentrieren und junge Talente hochziehen. Halt so wie der BVB es macht. Aber ständen sie heute in der Bundesliga, wenn sie nicht schon in der dritten Liga über 3 Millionen Euro investiert hätten? Und das alles nur, weil da so ein Konzern herkommt und meint, wir übernehmen jetzt Fußball-Deutschland? Ach, und dann gibt's ja noch diese tollen Fans. Die meinen, ich bin Fan, weil endlich mal wieder toller Fußball in Leipzig gespielt wird. Ganz ehrlich, schämen solltet ihr euch. Ihr habt in Leipzig Vereine, die hart darum kämpfen, ihre Existenz zu halten und wo der Fußball noch gelebt wird. Und ihr geht zu einem Produkt, bei dem die Fans vollkommen egal sind und das nur um Geld geht. Ihr werdet von mir nie akzeptiert werden und von der Mehrheit der Traditionsfans auch nicht. Ihr seid da, weil Red Bull da ist. Nicht mehr. Reingehauen und auf Arminia.